Ich bin ziemlich nahe. Wo bist du? Du bist ziemlich nahe. Wir könnten sicherlich die Ventile bedient werden. Welche Ventile? Das ist noch nicht so. Das ist noch nicht so. Welche Ventile kann man ausbilden? Ah... Ich glaube, ich weiß, was das ist. Mal sehen. Ob das irgendeinen hat? Also ich weiß im Grunde genommen, was die von mir wollen. Die wollen, dass ich hier ein Hundi einsperre und dann, ja, koche. Das ist eine schöne Idee. Mal sehen, wo Hundi überhaupt ist. Da ist Hundi. Okay. Wenn mir dieses Knurren auf die Eier geht. Es hört sich an, als würde es von überall her kommen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Okay, da ist der andere. Ich hoffe, es sind nur zwei. Aber ich glaube, der andere hat mich nicht gesehen. So besser. Was haben wir hier? Noch so eine Falle. Und da ist das andere Hundi. Jetzt will ich erstmal wissen, wo ich als nächstes hin will. Muss. Was haben wir hier? Okay, ich bin hier. Das heißt, hier ist lagermäßig irgendwas. Das sieht ja fähig entsprechend aus. Sicher abgeschlossen, oder? Nicht normal. Schraubenzieher! Schraubendereiter ist der. Dafür kämpfe ich mich sicherlich nicht durch den Stackel, aber keine Chance. Goodies? Lügner. Hm. Kiste. Oh. Goodie. Bolzenschneider. Goodies? Keine Goodies. Okay, wofür brauche ich den Bolzenschneider? Wofür brauche ich den Schraubenzieher? Waffe? Waffe? Nein, keine Waffe. Waffe? Nein, keine Waffe. Okay. Wozu brauche ich dann das Ganze hier? Das ist eine gute Frage. Der Schrank passt hier irgendwie überhaupt nicht rein. Es ist nichts drin. Der ist nur zu zierde da. Sehr interessant. Okay, der Schraub ist gut. Gut. Gut, 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 gut. Was haben wir hier noch? Hundi. Also, wo war ich eigentlich schon? Entweder ich war in Schaft 12 oder in Schaft 13. Ich glaube, ich war in Schaft 13. Das heißt, ich will zur Schaft 12. Hallo Hundi! Bye Hundi! Okay. Was ist das hier? Tür wird zugeschweißt und wird sich nie wieder öffnen lassen. Sag niemals nie! Oh. Mist, du Pissköter! Ich bin ziemlich eingeschlagen, oder? Ähm. Schmerzmittel. So. Jetzt geht's mir besser. Ich glaub, das waren alle Hundis. Ich hoffe, es tut mir Lust. Einfach was wollten sich die Arbeiter wohl schützen? Hast du die Hundis gesehen? Muss von deiner anderen Seite verschlossen sein. Okay. Okay. Okay, 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 uuuh. Jetzt kann ich wieder rüpfen. Huiii. Okay. Aber... Aber... Hier. Feinary. Jetzt gerade im Fein was es heißt, aber... Piss! Was? Äh. Icb. Icb. mal Pause und sehen nach, wie es in meinen Videos geht. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich in der Refinery bin. Und bis dahin habe ich auch nachgesehen, was es heißt. Also, bis gleich. So, da wären wir. Den Videos geht es gut, den Hunden nicht, Gott sei Dank. Und Refinery heißt Raffinerie. Ach Gott. Ja, manchmal fallen einem, manchmal es liegt einem auf der Zunge, aber man kommt nicht drauf und hallo? Okay. Oh, Junge, es ist so ein Puzzle. 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 This is so Väx app. Öürfe. diese verdurtsteile , haben wir